Herzlich Willkommen zurück, wir sind in der Anthropologie über die Lehre des Menschen und wir haben da das letzte Mal ein bisschen gesehen, dass die Bibel das nicht ganz genauso beschreibt, wie der Mensch ist. Was sagt die Bibel über den Menschen? Jetzt rede ich mal noch nicht von der Sünde, das ist dann ein anderes Video mal. Wie ist eigentlich der Mensch? Jetzt könnte man sagen, die Bibel ist auch eine Einheit, aber der Mensch ist eine Einheit und das kann man biblisch nachweisen, dass man sagt, es ist falsch, dass man den Menschen dort zerpflückt in verschiedene Komponenten, sondern der Mensch ist immer eins. Wenn man an einem Ort am Schräubchen dreht, dann ändert sich eben das ganze System und darum darf man den Menschen nicht auseinandernehmen. Etwas, was heute ja sehr aktuell ist, dass man in der Medizin nicht nur die Funktionalität irgendeines Organs prüft, sondern dass man eben auch schaut, wie ist denn das Umfeld des Menschen, vielleicht ist die Ursache ja eine andere. Da heißt es zum Beispiel im 3. Johannes 2, ich hoffe, dass es dir gut geht, wie es auch deiner Seele gut geht. Also da wird jetzt das Körbliche und das Seelische ineinander verwoben, wo man sieht, da der Mensch ist dann eben eins. Oder Sprüche 14, Vers 30, wo es heißt, dass Eifersucht Eiter in den Gebeinen ist. Also da haben wir auch das Körperliche, das dann an den inneren Menschen gekoppelt ist, was zum Ausdruck bringt, der Mensch ist eigentlich eine Einheit und man kann ihn nicht aufteilen. Jetzt sehen wir aber in der Bibel, dass das zwar eine Aussage ist, die die Bibel hat, aber das ist nicht die einzige Aussage. Es gibt nämlich andere Bibelstellen und darum ist ja die Anthropologie etwas kompliziert, weil es andere Bibelstellen gibt, die reden von einem dichotomen Menschenbild, also einer Zweiteilung. Da ist es nämlich so, dass man den äußeren Menschen und den inneren Menschen auseinander dividiert. Ja, jetzt kann man sagen, ja, ist das richtig oder ist es nicht richtig? Jetzt gibt es Bibelstellen, die sagen, ja, der Mensch ist eins. Es gibt aber andere Bibelstellen, die bezeugen das. Ich nehme da 1. Mose 2, Vers 27. Da hat doch Gott Staub von der Erde genommen und den äußeren Menschen geformt und dann seinen Odem hineingeblasen. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Das heißt, man kann aus 1. Mose 2, 27 zeigen, der Mensch besteht eben aus zwei Teilen. Der Mensch ist dichotom. Das heißt, es gibt einen äußeren Menschen, das ist unser Leib. Das ist der Teil des Menschen, der dann auch wieder vergeht und stirbt, auf der Erde bleibt, wieder verwest und den inneren Menschen, der dann in Ewigkeit lebt und dann auch bei Gott ist, wenn man an Jesus glaubt. Ganz ähnlich 2. Korinther 4, Vers 16, wo es heißt, dass der äußere Mensch zerfällt, der innere aber wird von Tag zu Tag erneuert. Aha, da merken wir, das ist also eigentlich kein Widerspruch. Der Mensch ist eins und Körper und Seele sind ganz nah ineinander verflochten. Das darf man nicht absolut trennen und trotzdem zeigt die Bibel, der Mensch ist doch auch zweigeteilt. Also man kann da den Menschen näher heranzoomen und merken, aha, da gibt es zwei Teile, die müssen wir miteinander ansehen. Ja, jetzt gibt es eine weitere Bibelstelle, 1. Thessaloniker 5, 23, wo man sieht, dass der Mensch dreigeteilt dargestellt wird, also Trichotom ist. Da ist es nämlich so, dass Paulus sagt, dass Geist, Seele und Leib bewahrt werden, von Gott her. Da ist also der Leib das Äußere und der innere Mensch wird aber jetzt in zwei Teile aufgeteilt, nämlich in eine Seele und in einen Geist. Jetzt wird also der Mensch schon noch etwas genauer beschrieben und trotzdem stellt sich jetzt die Frage, ja wie ist jetzt der Mensch? Oder Seele könnte man da jetzt vielleicht als den Teil des Menschen beschreiben, wo vielleicht mehr die Gefühle verankert sind. Die Seele ist vielleicht ein bisschen stärker auf den Leib ausgerichtet, wo der Geist vielleicht mehr stärker auf Gott ausgerichtet ist. Da sind vielleicht mehr ein bisschen die Gefühle drin, während im Geist mehr vielleicht das Denken ist. Und so kann man den Menschen noch etwas genauer beschreiben. Jetzt die Trichotome-Beschreibung innerhalb der Bibel widerspricht sich aber nicht mit der Dichotomen-Beschreibung. Es sind Beschreibungen, die die Bibel hat und wir dürfen das nicht gegeneinander ausspielen. Und wenn der eine jetzt ein bisschen mehr da ist, der andere mehr da ist, der andere mehr das betont, ist das nicht ein Widerspruch, sondern die Bibel hat nun mal das Ganze. Ja, es wird noch etwas komplizierter. Polythrom, das heißt dann, dass der Mensch nicht drei, sondern vier oder mehrteilig ist. Das ist dann da beim Poly. Poly heißt einfach viel, also vielschichtig. Der Mensch ist vielschichtiger. Wir haben nämlich da ein Problem mit diesem Geist. Man sagt ja, dass der Mensch geistlich tot ist und wieder lebendig wird. Wir haben das im Epheser 2 Vers 5, dass wir tot in der Sünde waren. Jetzt kommen wir da natürlich in ein Problem hinein. Wenn wir sagen, der Geist des Menschen war tot, würde denn das bedeuten, dass ein ungläubiger Mensch lediglich einen Leib und eine Seele hat, aber keinen Geist? Ja, wenn jetzt der Geist der Teil ist, dass man denken kann, dass man mathematische Aufgaben umsetzen kann, muss man doch sagen, ja, aber halt, auch der Ungläubige hat ja einen Geist. Wie geht denn jetzt das? So, dass man dann eben sagen kann, der Geist hat eben auch nochmals zwei Komponenten, nämlich einen geistigen Teil und einen geistlichen Teil. Der geistige Teil, das wäre dann das, der Teil des Menschen innerhalb des Geistes, den auch ein ungläubiger Mensch hat, das Denken können, während der geistliche Teil, das ist dann der Teil des Menschen, der Kontakt mit Gott aufnehmen kann. Und der war eben beim ungläubigen Menschen tot und durch die Wiedergeburt wird dieser Teil dann lebendig. Nun, dann hätten wir bereits vier Teile, also den Leib, dann haben wir die Seele, dann haben wir den geistlichen und den geistigen Teil des Geistes. Ja, haben wir damit jetzt alle Komponenten abgedeckt? Ist der Mensch vierteilig? Ja, da kann man jetzt natürlich noch weiter gehen, dass man sagt, ja, habe ich jetzt alles damit abgedeckt? Sagen wir die Ästhetik, wenn jemand kreativ arbeiten kann und einen Raum schön dekoriert. Ja, da merken wir, da gibt es doch im Menschen noch eine Komponente. Ich hatte mal in einer Gemeinde einen ganz tollen Buchhalter, der war absolut exakt und dann ging es mal darum, dass wir eine Abstimmung machten im Rahmen des Budgets, ob wir da Geld zur Verfügung stellen sollen, dass wir da jeweils eine, einen Blumenstrauß, etwas Lebendiges hinstellen können, denn bislang hatten wir einfach Trockenblumen, also günstliche Blumen. Und der Buchhalter hat dann argumentiert, ja, es muss ja einfach funktionell sein, das reicht ja, also diese Blumen, das geht doch schon. Ja, jetzt gab es andere Leute in der Gemeinde, das waren eben Ästheten. Die hatten gesagt, nein, das muss doch leben. Also jede Woche einen anderen Blumenstrauß oder zumindest, dass man sagt, wir haben die vier Jahreszeiten als große Dekoration plus dann Weihnachten, also fünf Dekorationen. Ja, dafür hatten wir uns dann auch entschieden. Ja, wo packt man jetzt da diese Kreativität hinein? Ja, vielleicht könnte man das irgendwo der Seele anhängen und gleichzeitig merken wir aber, dass die Seele alleine nicht einfach nur das Kreative, den kreativen Anteil des Menschen ausmacht, sondern der kreative Anteil ist vielleicht eine Untergruppe der Seele, aber es gibt ja noch, wie hat die Gefühle, sagen wir, das ist noch eine andere Komponente. Und schnell merken wir ja auch mit einer Vierteilung können wir eigentlich nicht den ganzen Menschen abdecken. Also vielleicht braucht es eben noch mehr Unterteilungen. Ich werde euch im übernächsten Video eine Sechzehnteilung zeigen, die da doch sehr hilfreich ist. Jetzt weniger, weil die Bibel sagt, der Mensch hat sechzehnteile, sondern mehr, weil man von der Psychologie her das hilfreich so aufgleisen kann. Das ist eine Hilfe. Nun, was jetzt wichtig ist für uns, wie unterscheidet man den Menschen vom Tier? Denn das ist ja der Kontrapunkt zur Evolutionstheorie und da ist jetzt wichtig, die Bibel sagt uns, dass der Mensch im Bilde von Gott geschaffen wurde. Und das ist jetzt anthropologisch gesprochen eigentlich eine Hauptaussage in dieser ganzen Thematik. 1. Mose 6, 1, 26 und folgend sagt, dass der Mensch im Bilde Gottes geschaffen worden ist. Gleich in der Doppelform kommt das da vor. Und interessant ist, dass dieser Ausdruck im Bilde Gottes geschaffen noch dreimal nachher auch vorkommt. 1. Mose 5, 3, 9, 6 oder dann auch Jakobus 3, 9. Und diese drei letzteren Bibelstellen, das sind die Bibelstellen, die danach den Menschen nach dem Sündenfall beschreiben. Das heißt, Gott hat den Menschen vor dem Sündenfall im Bilde Gottes geschaffen. Der Sündenfall hat aber die Gott-Ebenbildlichkeit nicht aufgelöst. Das heißt, der Mensch ist zwar geistlich tot und kann durch die Wiedergeburt wieder lebendig werden, aber das ist unabhängig vom Menschenbild. Auch der ungläubige Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen. Und das hat natürlich ethisch gesehen einen ganz großen Einfluss. Wir sind eben nicht einfach einen Menschen, einen biologischen Klumpen als Menschen, sondern als Gott die Welt eben gemacht hat, heißt es im Schöpfungsbericht, lasst uns Menschen machen. Die hatten da eine Sitzung zusammen gemacht. Was machen wir jetzt? All die Tiere waren schon da. Und jetzt kommt die Krönung der ganzen Schöpfung der Mensch. Er wurde als einziges im Bilde Gottes gemacht. Darum ist der Mensch eine ganz andere Kategorie als dann die Tiere oder die Pflanzen oder die Steine oder wie auch immer. Also die Bibel spricht ganz deutlich gegen die Evolution. Unser Menschenbild, der Wert des Menschen, gründet im Wesen Gottes. Gott hat ihn durch die Schöpfung, selbst wenn der Mensch geschaffen wurde und jetzt auch entsteht im Mutterleibe, hat der Mensch seinen Wert, weil Gott den Menschen in seinem Ebenbild gemacht hat. Und das hat natürlich dann ganz großen Einfluss, wie wir eben handeln. Der Mensch ist per se wertvoll. Darum suchen wir auch, dass dem Menschen eben geholfen werden kann. Wir sagen nicht einfach, spielt eigentlich keine Rolle, so wie wir das bei einer Pflanzheben tun. Da würde niemand groß dann retten, zumindest wenn die Pflanze nicht am Aussterben bedroht ist. Also das hat doch großen Einfluss. Jetzt so als nächstes müssen wir uns die zwei Fragen darstellen, welches ist also unser Menschenbild? Wir haben das mal so ein bisschen versucht darzustellen, was die Bibel direkt sagt. Wir kommen da auf eine ein, zwei, drei oder vierteilige Sicht. Die sind alle in sich richtig, aber keine der vier Modelle hier deckt eben alles ab. Wie ist also unser Menschenbild? Da werden wir dann im nächsten Video sehen, dass die Weltanschauung, die wir haben, ganz massiven Einfluss hat auf das Menschenbild. Wir haben das Element der Evolution, der dieser Modell her denkt, hat man natürlich ganz ein anderes Menschenbild. Dann hat der Mensch wenig Wert. Dann hat der Mensch nur dann Wert, wenn er positiv etwas produzieren kann. Ansonsten nicht. Das kommt aber auf die Weltanschauung an. Welche Weltanschauung haben wir? Und darum müssen wir im nächsten Video jetzt zuerst einmal noch über die Menschenbilder respektive die Weltanschauung sprechen, bevor wir dann auf ein Menschenbild kommen können, das versucht, den ganzen Menschen zu erfassen. Wir hatten im ersten Video gesehen, dass es von der Bibel her gesehen schwierig ist, einfach einen Menschen so zu beschreiben. So ist er. Wir haben verschiedene Bilder, eine Einheit, zweiteilig, dreiteilig, vierteilig oder eben sogar noch mehrteilig. Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Wir haben am Schluss gemerkt, es kommt stark darauf an, wie ist mein Gottesbild? Also was denke ich, wie Gott über den Menschen denkt? Menschenbild und Gottesbild hängen also nahe zusammen. Und wenn wir über das Menschenbild nachdenken, kommt es auch stark darauf an, welche Weltanschauung habe ich denn? Meine Weltanschauung prägt entsprechend auch das Denken. Wir haben das Beispiel der Evolutionstheorie angesehen. Nun, es gab in der Menschheitsgeschichte immer wieder verschiedene Menschenbilder, die sich eben auch entsprechend von verschiedenen Weltbildern abgeleitet haben. Wir haben da mal einige philosophische Menschenbilder. Und ja, ich beginne da mal unten. Pythagoras, der ist im Jahre 510 vor Christus gestorben. Der hatte gesagt, alles ist Zahl. Also letztlich könne man die ganze Welt reduzieren auf das Zahlenwerk. Etwas, was man heute durch die Computertechnologie ein bisschen nachvollziehen kann. Denn wenn wir so Landschaftsformen ansehen, kann man ja tatsächlich durch mathematische Formeln das wiedergeben, wie eine Landschaft so aussieht. Also, es könnte ja an sich sein, dass letztlich das Weltbild darin besteht, dass alles Zahl ist, alles ist auf das reduzierbar. Nun, stimmt das oder stimmt das nicht? Hatte Pythagoras recht oder nicht? Ja, ganz Unrecht hat er nicht, denn er hatte Dinge auch nachweisen können. Aber es wird natürlich schnell mal ersichtlich, dass der Mensch mehr ist als irgendwie nur eine Zahl. Nehmen wir Rene Descartes, 1650 gestorben. Der hat von der Geometrie gesprochen. Das heißt, alles braucht einen Raum. Ohne Raum ist letztlich die Existenz nicht möglich. Und auch da können wir wieder sagen, ja, hat er nicht ein Stück weit recht? Ja, wenn man einem Menschen keinen Raum gibt zum Leben, dann verkümmert er. Das geht nicht. Wenn man irgendwo im Gefängnis drinnen ist und sich nicht bewegen kann, kann der Mensch nicht leben. Also, irgendwo, das stimmt doch da irgendwie. Und trotzdem merken wir, was er entdeckt hat, das alleine als Menschenbild reicht nicht. Galileo Galilei, ebenfalls 17. Jahrhundert, der hat ja entdeckt, dass die Erde um die Sonne kreist und hat gemerkt, das ist eben alles Bewegung. Also, alles dreht um das andere. Bewegung ist letztlich dann das Leben. Daraus entsteht dann alles. Er hat alles auf die Bewegung zurückgeführt. Und ein interessantes Bild, ja, das alleine wird wohl das Leben auch nicht ausmachen. Albert Einstein, noch gar nicht so lange her, der gesagt hat, Materie ist eigentlich Energie, die einfach komprimiert ist. Also, man kann alles letztlich auf die Energie zurückführen. Es braucht viel Energie, damit dann die ganze Materie und das ganze Leben entsteht. Ganz komplexe Gedanken, die er da hatte. Die ganze Relativitätstheorie, wie hängt das Ganze zusammen. Also, der hat sicher einiges herausgefunden. Ja, heute sagt wahrscheinlich niemand, dass letztlich alles einfach nur Energie ist. Und trotzdem kann man ja, sagen wir mal, in der Kernspaltung zeigen, dass tatsächlich in wenig Materie ganz viel Energie ja tatsächlich drinnen ist. Ja, das ist mal so ein Weltbild. Darwin hatten wir im letzten Video bereits gesehen, 19. Jahrhundert. Er hat das Ganze auf die Evolution zurückgeführt. Er baute auf das Modell, das philosophische Modell von Hegel auf. Hegel hat gesagt, es ist alles eine These kombiniert mit einer Antithese. Und weil das Leben ja weitergehen soll, macht man daraus eine Synthese. Und der Mensch entwickelt sich so langsam nach oben. Und das hat dann Darwin auf die Biologie angewandt und gesagt, der Mensch ist so entstanden, dass er sich langsam immer wieder durch These, Antithese, Synthese nach oben gebildet hat. Nämlich durch die Selektion. Immer das schwächere Glied, das stirbt schneller aus. Somit kann sich das stärkere durchsetzen. Und so ist dann letztlich der Mensch entstanden. Theoretisch geht es sogar noch weiter, dass der Mensch immer noch besser wird. Und ein Supermensch mit der Zeit entsteht, würde alles so drinnen liegen. Die Konsequenz ist natürlich, wenn der Mensch lediglich ein Zufallsprodukt ist, das sich langsam hochentwickelt hat, dann ist der Mensch nichts Besonderes. Dann ist der Mensch einfach in der Kette der Natur drinnen. Dann ist der Mensch aber vom Tier nicht abgesetzt. Sondern dann spielt das eigentlich keine Rolle. Alles ist Zufall. Der Mensch hat dann keinen Wert. Abtreibung ist dann natürlich selbstverständlich möglich. Denn der Mensch, der da erst im Bauch drinnen ist, der hat ja noch gar keine Möglichkeit, sich zu umfalten. Der produziert dann auch nichts für die Gesellschaft. Also das sind so Gedanken, die da dahinter sind, wenn man nach diesem Modell geht. Berkeley, 18. Jahrhundert, der gesagt hat, die Existenz hängt letztlich damit zusammen, dass man Dinge wahrnehmen kann. Das heißt, der Mensch hat eben die Möglichkeit zu schauen oder zu hören. Er nimmt Dinge durch die Sinne an, kann die ganzen Sinneseindrücke miteinander kombinieren. Und so entsteht dann eben zum Beispiel Kommunikation. So kann man sich zurechtfinden. Wo man dann irgendwie merkt, ja, das leuchtet doch dann schon eher mal ein für den Menschen. Es ist dann nicht so die Theorie, sondern jetzt geht es doch dann mehr eben ins Leben hinein. Kann man letztlich das ganze Leben reduzieren auf die Wahrnehmung? Ist damit alles gesagt? Sigmund Freud hatte alles als psychologische, psychische Vorgänge beschrieben. Das heißt, alles, was letztlich abläuft, und es geht ja immer um die Frage, wie kann man den Menschen beschreiben, dass er gesagt hat, das hat alles Hintergründe. Alles baut auf das andere auf. Der Mensch ist letztlich nicht das Äussere, was man sieht, sondern das, was im Kopf eben abgeht. Psychische Vorgänge mit den ganzen Verletzungen und was damit im Zusammenhang steht. Heraklit, lange vor Christus, hat auf den Verstand gesetzt. Also letztlich kann man alles reduzieren, indem der Mensch logisch überlegt, er seinen Verstand nutzt, und so kann man das Leben bauen. Also, das ist vielleicht ein Stück weit ein Gegensatz. Der innere Mensch wird da mehr betont, und hier mehr die Logik dann. Dann allgemein der Historismus, was jetzt nicht so auf eine Person reduziert werden kann, das war so eine Bewegung Mitte des 19. Jahrhunderts, dass man alles auf die geschichtliche Entwicklung gesetzt hat. Also, wenn man schaut, wie hat man zum Beispiel Häuser gebaut, und da merkt man, ah, da ist eine Bewegung drinnen, man hat anders gelebt früher wie heute, und jetzt ist das alles irgendwo in der Geschichte drinnen. Wenn man also den Menschen heute beschreiben will, schaut man einfach zurück. Ja, was war denn vorher? Wie ist es darauf entstanden? Der Mensch kam ja nichts aus dem Nichts, in diesem Bild, sondern, dass alles eben eine Entwicklung hat. Der Mensch ist eigentlich aus der Geschichte hervorgekommen, und all die Prägungen, die die Gesellschaften eben da geformt hatten, hat der Netz heute den Menschen gemacht, so wie er eben jetzt ist. Gadamar, das, der hatte, ja, das ist vor kurzem gestorben, Wahrheit und Methode ist sein Hauptwerk, wo er sich gefragt hat, wie ist der Mensch? Und er hat gesagt, letztlich lässt sich alles auf die Sprache reduzieren, das, was der Mensch sagt, damit drückt er sich aus, damit ist der Mensch erst Mensch. Er kann sich so formulieren, dass durch die Sprache der andere diesen Sprachcode dekodieren kann und darum versteht, was ich überhaupt sage. Das macht das Menschsein letztlich überhaupt erst aus. Hans-Georg Gadamar. Oder dann, Marxismus und Leninismus, das waren die zwei, die den Sozialismus geprägt hatten. Indem er gesagt hat, Menschsein besteht eigentlich darin, dass man den Reichen, den Reichtum nimmt und den Armen etwas gibt. Das heisst, alles gehört allen. Und dann kann man eine Gesellschaft aufbauen, wenn alles gleich verteilt wird. Also alle haben das Recht zu arbeiten und alle verdienen dann aber gleich viel und so kann man die ganze Gesellschaft dann aufbauen. Wir haben ein bestimmtes Bild. Ja, das hat ja auch 70 Jahre funktioniert, aber ist dann wieder zusammengebrochen. Karl Marx. Sein Hauptwerk ist das Kapital. Er hat alles auf die wirtschaftliche Beziehung bezogen. Letztlich ist es das Geld, das steuert. Der Mensch ist getrieben, das er eben investiert, damit dann wieder ein Return entsteht. Und somit ist letztlich das Finanzsystem das, was den Menschen ausmacht. Einige profitieren dann davon, viele aber eben auch nicht. Darum ist das natürlich der Gegensatz dann zum Sozialismus. Also das wäre es doch. Alles baut man auf das Geld auf. Renaissance, respektive dann die Romantik. Da ging es um Harmonie und Schönheit. Das Leben besteht darin, dass der Mensch aufgehen kann in diesem Umfeld, in dem er drinnen steht. Und je besser das abgedeckt ist, umso mehr kann der Mensch sich dann effektiv auch entfalten. Thomas Hobbes, 17. Jahrhundert. Er hat letztlich alles auf das Recht aufgebaut. Also der Mensch muss sich organisieren. Je besser man ein Staatsgesetz hat, wo klar geregelt ist, wie der Mensch zu leben hat, dann kann man die Menschen kanalisieren. Dann werden auch in dem Sinne allen die gleiche Chance gegeben. Ob es der Einzelne dann nutzt oder nicht, ist eine andere Frage. Aber alles baut sich letztlich auf diesem Gesellschaftsvertrag auf. Wie organisieren wir uns als Staat, als Kontinent und so weiter. Letztlich liegt alles hier zugrunde. Immanuel Kant, der dann auf die Ethik gebaut hat und sich gesagt hat, letztlich muss alles ethisch vertretbar sein. Vertretbar ist zum Beispiel das, wie das ja auch die Bibel in Matthäus 7, Vers 12 sagt, dass wir so handeln sollen, wie wir wollen, dass es die anderen, wir sollen so handeln, wie wir selber behandelt werden wollen, wo Jesus dann sogar sagt, das ist das Gesetz und die Propheten. Also wo man sagt, man muss ethisch korrekt leben, so leben, dass es für alle auch kopierbar ist, dann funktioniert das. Also meine Grenze ist nur so weit, wie es an die Grenze des Anderen stößt und so kann man sich eben ausdehnen oder zurücknehmen und so kann der Mensch letztlich leben. Ein Weltbild. Niklas von Zinzendorf, 18. Jahrhundert, im Pietismus, der hat gesagt, letztlich ist es alles eine geistliche Angelegenheit, es kommt auf den Glauben an. Der Mensch lebt letztlich darin, dass er aus der Beziehung mit Gott lebt und wir müssen darum unser Leben aus diesem Glauben heraus schöpfen. Und je stärker das jetzt eben gemacht und umgesetzt sein kann, umso mehr funktioniert und gelingt dann auch das Leben. Nun, wenn wir mal solche philosophische Menschenbilder ansehen, was fällt uns da auf? Und wir merken, ja, es ist alles irgendwo nicht ganz falsch. Jeder Einzelne hat ja eine Entdeckung gemacht, die nicht ganz aus dem Nichts gegriffen ist. Und jeder konnte in seiner Art und Weise das auch belegen, dass sein System da Recht hat. Gleichzeitig merken wir aber auch, keines dieser Systeme hat per se in sich dann das ganze Weltdenken übernommen, weil man schnell einmal merkt, es sind eben lediglich Teilaspekte, es ist eben nicht das Gesamte. Und darum merkt man, wie ist das Menschenbild? Der Mensch versucht, sein Bild zu entwickeln, hat bisher aber nicht ein einziges System entwickeln können, das alles umfasst. Und darum ist umso mehr jetzt natürlich die Frage da, ja, wie können wir das von der Bibel her sehen? Gibt es ein biblisches Menschenbild, so quasi in Konkurrenz zu diesen einzelnen Modellen? Sagt das die Bibel überhaupt? Könnten wir ein solches Modell miteinander entwickeln? Das wäre uns natürlich eine große Hilfe. Das ist klar. Wir werden im nächsten Video dann mal sehen, wie könnte man ein biblisches Menschenbild entwickeln, indem wir schauen, welche Komponenten beeinflusst dann den Menschen, auf welche Komponenten sollten wir Rücksicht nehmen. Wir schauen dann beim nächsten Video weiter. WINTER Ich bin dann auf welche Komponenten beeinflusst dann, also wenn man das nur auf welche Komponenten beeinflusst, da werfen sich aus, wie kann man das nicht in der Welt probieren fühlt sich. Vielen Dank.